D.S.S. Mike Shepard. Detective Sims. Detective Constable Green. Da war doch was krumm an der Sache, oder? Ja, es wirkt so. Heißt das hier etwa, wir ermitteln in noch einem Mordfall? Da war nichts mehr zu machen. Nein, wir überprüfen nur ein weiteres Motiv. Haben wir nicht schon genug Motive? Man kann nie genug Motive haben. Man weiß nie, was man weiß, bis man es weiß. Tut mir leid. Ein höfliches Vorgehen beim Mord wäre was Neues. War denn auf dieser Tour irgendwas ungewöhnlich? Sie meinen, abgesehen von Lestas Tod? Ja, abgesehen davon. Kaum ist er tot. Da kommen Sie gleich zu mir, wissen Sie was? Das nennt man Verfolgung. Ich hab ihn nicht umgebracht, falls Sie das denken. Also Sie könnten, ähm, will der Nächste sein. Ich wusste, dass du noch deine alte Schiene fährst. Das hier ist Bob. Ich glaube, das ist der dunkle Engel. Mist, Kat! Oh, Gott! High Five! Alle Jahre verschweigst du, dass du Tennis spielen kannst? Kann ich Sie zu Ihrem Fahrzeug begleiten, Detective? Sie spielen wohl gerne Cowboy. Nein. Aber ich mag Countrymusik. Sheriff Mike Shepard. Woooo. Wie? Woooo. Woooo.